Ich möchte nun einmal zeigen, wie man in Draw mit Formeln arbeiten kann. Dazu werde ich einmal das Beispiel eines Kreises zeigen. Ich zeichne einen Kreis von 4 cm Durchmesser und dann zeichne ich dazu nochmal den Radius, beschrifte das dann mit R, 10 Punktgröße und setze das hier vorne hin. Dann möchte ich einmal eine Formel einfügen, einfügen ohne Objekt Formel und diese Formel setze ich einmal von vorne hin und arbeite jetzt einmal mit einer Matrix. Ich nehme einmal eine 2x2 Matrix und hier sehe ich, das sind die oberen zwei Elemente, das sind die unteren zwei Elemente und dann kann ich meine Matrix auch dementsprechend anpassen, indem ich dann sage, ich mache eine 4x4 Matrix, da fehlt noch einmal eine Raute und das kopiere ich dann ein paar Mal und hier am Ende die müssen weg und dann kann ich das zur besseren Übersicht auch ein bisschen anders gestalten. So, das ist meine 4x4 Matrix und jetzt kann ich anfangen. Ich kann hier auch mal reinklicken, um die einzelnen Felder zu bearbeiten. Hier schreibe ich einmal Fläche hin. Wenn ich jetzt ein Gleichzeichen machen möchte, dann erkennt das Draw nicht. Hier sieht man dieses Fragezeichen, solche Sonderzeichen muss ich dann mit Anführungszeichen einfügen und dann möchte ich hier einmal an der Stelle hier den Malpunkt benutzen und benutze hier dann einmal Pi, das füge ich ein und dann an der Stelle, okay, gehe ich hier hin, da möchte ich dann r² haben, das heißt, ich füge hier unter Funktion finde ich das, einmal das ein, r und dann hier drin, ne, geschweiften Klammern hoch zwei und dann möchte ich hier am Ende dann noch einmal meinen Umführungsschritt machen, als nächstes füge ich dann durch Pi teilen. Auch hier muss ich die Anführungszeichen benutzen, wenn ich dann diesen Strich benutze und dann geteilt durch Pi kann ich von hier kopieren und dann habe ich meine erste Zeile fertig. Die anderen Zeilen habe ich schon einmal fertig geschrieben, brauche ich dann nur einfügen. Das ist jetzt die Formel, jetzt sehe ich, hier habe ich noch einige Kästchen, die kann ich dann beseitigen, indem ich hier einmal ein Zeichen einfüge, dieses Apostroph, und dann wird dieser Kasten auch nachher nicht mitgedruckt. Jetzt sieht das schon ganz gut aus, jetzt möchte ich gern, dass die Zeilenabstände noch ein bisschen anders aussehen. Erstmal schiebe ich meine Formel ein bisschen weiter hier vorne hin und dann kann ich hier unter Format Abstände dann in der Kategorie die Matrizen aussuchen und da setze ich den Zeilenabstand auch auf 30. Das sieht ganz gut aus und dann könnte ich eventuell noch, wenn ich will, hier die Schriftart ändern und anderes anpassen, aber das möchte ich im Moment nicht. Soweit erstmal zu der Formel. Falls du Fragen oder Anregungen hast oder einfach nur Material austauschen möchtest, freue ich mich, wenn du auf meinen Server bei Discord kommst, Mathe mit Draw. Den Link zu der Einladung, den findest du unter dem Video. and auf die Ton nehmel sehrI Space. Vielen Dank. Ich hooge das, wenn du jetzt nicht, einspringen. über Nacht